Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyena Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa sallam tasliman kathira amma ba'd Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh In diesem Teil, inshallah wa ta'ala, möchten wir schauen, was diese Nacht eigentlich bedeutet was heißt die Nacht der Bestimmung denn Al-Qadr oder Al-Qadr im Arabischen wurde hiermit Bestimmung übersetzt was aber im Arabischen, dieses Wort Al-Qadr hat im Arabischen mehrere Bedeutungen und es ist immer gut, die Wörter nach der Bedeutung nach den Bedeutungen der Wörter zu suchen und gerade im Koran denn es ist einer der gewaltigsten Gottesdienste, die es überhaupt gibt und die mit den meisten oder mit der meisten Belohnung zusammenhängt dass du Allahs Buch studierst und eine ausgestorbene Sunnah, kann man sagen eine ausgestorbene Praktik im Ramadan ist den Koran zu studieren denn im Hadith, dass Jibril alaihi salam Jibril alaihi salam kam zum Propheten alaihi salatu wa salam in Ramadan, in jeder Nacht in jeder Nacht um mit ihm den Koran zu studieren und wie gesagt die Wissensarten sind verschieden Wissen Fiqh, Wissen in Aqida Wissen in der Arabischen Sprache Wissen in Hadith aber die gewaltigste Belohnung gibt es nur bei bei dem Koran und das hat auch einen sehr starken Einfluss auf dein Herz denn das ist bei vielen Schülern des Wissens so dass sie sagen wenn wir in einer Sitzung sitzen in der es um Fiqh geht oder um Hadith geht oder um Aqida geht haben wir nicht das gleiche Gefühl wie wenn wir in einer Sitzung des Tafsirs sitzen das heißt nicht dass Ilm al-Fiqh und Hadith unwichtig sind nein diese Wissensarten sind erforderlich um Pflicht nur bei Koran bei Tafsir al-Koran nach der Sitzung nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde wenn der Darst der Vortrag vorbei ist spürt man eine innere Ruhe und eine Art Licht in deinem Herzen und deswegen schauen wir mal was dieses Wort heißt oder welche Bedeutungen es noch trägt außer die Bestimmung im Arabischen sagen sie Al-Qadr huwa hiya al-azamah wa sharaf wal makana was so viel heißt auf Deutsch wie es ist ein Ehrenwerterrang eine hohe Stellung oder Position es weist auf einen hohen Wert hin und es ist etwas mächtiges wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Sura 39 Sura al-Sumar die Schachen Vers 67 Sura al-Sumar Sura al-Sumar singen singen gemäß auf Deutsch sie haben Allah nicht eingeschätzt wie es ihm gebührt oder sie haben Allah nicht richtig nach seinem Wert eingeschätzt und am Tage der Auferstehung wird die ganze Erde in seinem Griff sein und die Himmel werden in seiner Rechten zusammengerollt sein Preis sei ihm hoch erhaben ist er über das was sie anbeten das ist die erste Bedeutung von Al-Qadr Laylatul Qadr ist eine Nacht die einen ehrenwertenrang hat die eine hohe Stellung hat die eine große Position hat sie und es weist darauf hin dieses Wort dass sie etwas mächtiges ist ebenfalls wurde gesagt Al-Qadr der hohe Wert und die hohe Stellung und die hohe Position bekommt derjenige der den Gottesdienst in dieser Nacht verrichtet so kriegt der Diener selbst einen hohen Rang bei Allah denn wie wir wissen ist sie besser als 1000 Monate und das sind über 84 beziehungsweise 86 Jahre je nach Aussagen der Geläten so bekommst du bei Allah einen hohen Wert und eine hohe Position und eine hohe Stellung das ist Al-Qadr zweitens wurde auch gesagt Al-Qadr kommt vom Verb und im Arabischen was so viel heißt wie beschränken bemessen oder eine Sache eng machen wie Allah sagt in Surah die 13. Sura der Donner Vers 26 Allah sagt singen wir es auf Deutsch Allah gewährt die Versorgung großzügig wem er will und bemisst sie auch oder macht sie eng und sie sind froh über das diesseitige Leben aber das diesseitige Leben zählt im Jenseits nur als vergänglicher Miesbrauch wie kann man das dieses Wort Qadr was auf Arabisch übersetzt heißt beschränken bemessen oder eine Sache eng machen mit Leilatul Qadr verbinden die Sache ist weil so viele Engel herabkommen so dass es auf der Erde eng wird denn wir werden noch zu dem Vers kommen Tanazzalul Malaika was dieses Wort Tanazzala eigentlich genau heißt auf Deutsch das heißt es kommen so viele Engel herab so dass es auf der Erde eng wird und in manchen Überlieferungen es kommen so viele Engel herab nach der Anzahl der Steine die auf der Erde liegen also eine unglaubliche große Anzahl deswegen sagen sie Leilatul Qadr darf auch Leilatul Qadr die Nacht der Enge genannt werden weil so viele Engel herabkommen so dass es auf der Erde sehr eng wird durch so viele Engel drittens eine weitere Bedeutung die sagen Al Qadr kommt von dem Wort Taqdir das heißt auf Deutsch sinngemäß etwas beschließen und über eine Sache urteilen und entscheiden und das hat Allahu Subhanahu Wa Ta'ala selber bestätigt in Surah 44 Surah Ad-Dukhan Vers 4 Er sagt Subhanahu Wa Ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين inna inna anzelnahu gemeint, wir haben es wahrlich in einer gesegneten Nacht herabgesandt. Leilatul Qadr ist gemeint, wir haben ja die Menschen immer wieder gewarnt, in der jede weise Angelegenheit einzeln entschieden wird. Gemeint ist, dass in dieser Nacht die verschiedensten Sachen entschieden werden. Es mag sich einer fragen, die Sachen aber wurden doch schon vor 50.000 Jahren, wie im Hadith steht, bevor Allah subhanahu ta'ala die Himmel und die Erde erschaffen hat. Vor 50.000 Jahren davor hat er alles niedergeschrieben in Al-Lawha al-Mahfuz in der wohlbewahrten Tafel. Ja, die Sache ist, es kommt von der wohlbewahrten Tafel zu den Engeln herab, dann wird zu den Engeln des Todes beispielsweise gesagt, die Leute alle sterben dieses Jahr. Dann kriegt er die Namen. Derjenige und derjenige und derjenige und derjenige sterben dieses Jahr. Und zu Mikail wird gesagt, der für den Rizq, der für die Versorgung zuständig ist, ihm wird gesagt, folgende Leute bekommen folgende Versorgung. Er kriegt die Liste und auf der Liste stehen die Namen, die die Hatsch verrichten werden, die bestimmten, äh, bestimmtes, äh, Vermögen bekommen werden und so weiter. Und, ähm, der Engel, der für die, äh, für die, äh, für das Einhauchen der Seele, äh, beauftragt wurde. Auch der Engel der Gebärmutter. Du wirst in folgende Seelen einhauchen. Subhanallah. Alles, was in diesem Jahr passiert, wird in dieser Nacht den Engeln gezeigt. Da es in der wohlbewahrten Tafel niedergeschrieben ist, Allah subhanahu wa ta'ala lässt diese Sachen auf sie herab, sodass sie für dieses Jahr alle Taten und alle Einzelheiten Bekanntschaft darüber kriegen. Und das sind einige Bedeutungen von Laylatu, Al-Qadr oder speziell das Wort Al-Qadr. Und deshalb, äh, sagen manche Gelehrten, ist das die Nacht, in der man seine Dua, seine Bittgebete vermehren sollte. Weil es kann sein, dass dir eine Katastrophe niedergeschrieben wurde. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt in einem Hadith, dass die, äh, Sachen, die niedergeschrieben wurden, die schlecht sind, die auf dich herabkommen sollen, jetzt, diese kann nur zurückweisen das Bittgebet. Deswegen soll man gerade in diesen letzten zehn Nächten die Bittgebete vermehren, auf dass Allah dir eine Tür von Versorgung aufmacht, von der du nicht gerechnet hast. Oder Allah subhanahu wa ta'ala wendet von dir ein Übel weg, ab, der dich treffen sollte. Und so weiter. Und zuletzt gibt es sechs Punkte, die diese Nacht zu so einer ehrenhaften und wertvollen Nacht gemacht haben. Erstens, in Laylatul Qadr kamen die edelsten Worte herab, nämlich der Koran. Zweitens, er wurde herabgesandt mit der arabischen Sprache. Drittens, der edelste Engel kam mit diesen Worten herab, nämlich Jibril, alaihisselam. Viertens, er kam herab zum edelsten Ort, und zwar ist das Mekka. Fünftens, er kam herab zum edelsten Propheten überhaupt, und so weiß das Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, und sechstens und letztens, er kam herab in der besten und edelsten Nacht, und sie ist Laylatul Qadr. Das waren einige Informationen zum ersten Vers, und im nächsten Teil, inshallah wa ta'ala, fangen wir an mit dem zweiten Vers, und zwar ist die Frage, wem stellt Allahu subhanahu wa ta'ala hier eigentlich die Frage, und der Vers lautet, wa ma adaraaka maylaylatul Qadr, und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist. Im nächsten Teil, inshallah wa ta'ala, dann Informationen und Wissenswertes inshallah wa ta'ala zum zweiten Vers, hadha wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen